Servus, wir sind's wieder. Moin, also ich alleine. Ich weiß, was passiert. Ich hab grad aufgenommen und die Aufnahme war kaputt. Ich mach's jetzt einfach nochmal. Und ihr habt ganz viel Rumgefluche verpasst und es geht los. Da ist der Böse aus dem ersten Sin City, der Yellow Bastard. Oder Devil oder was auch immer, keine Ahnung. Oh, läuft, läuft, läuft. Und ich hab schon eine Idee, wie ich ihn erledigen werde. Das war jetzt nicht gut. Ja, müssen wir nochmal versuchen. Das müssen wir nochmal versuchen. Das gibt ein Zeitfenster hier. Da kriegt man hier pausenlos auf der Fresse von ihm. Warte. So. So, moin. Moin. Tod. Weißt du was? Das lass ich nicht mehr mit mir machen. Das lass ich nicht mehr mit mir machen. Das gibt es so nicht. Das geht nicht. Okay. Weiter geht's. Jetzt haben wir Spaß. Jetzt lachen wir uns kaputt. Ich glaube, was passiert, wenn wir uns jetzt hier in den Tod stürzen? Ich mein mehrfach. Warte mal, das würde ich jetzt eben ausprobieren. Ist es jetzt tatsächlich so, dass ich mich jetzt hier kaputt machen kann? Warte, warte, warte. Double kill. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Moin. Und so, und wo bleib, wo starte ich jetzt? Das ist jetzt meine Frage. Oh, es gibt doch einen Gott im Himmel. Das ist gut. Aber der hat ganz bestimmt nicht diese Viecher hier erschaffen. Äh. Ich hätte ja damals immer gedacht, dass es einen lieben Gott gibt und einen bösen Gott. Und dass der böse Gott es pausenlos regnen lässt. Da habe ich irgendwann mal verstanden, wie geil Regen eigentlich so ist. Und da, seitdem gab es nur noch einen bösen Gott. Aber der ist Metal, also von daher ist es cool. Ich kann es echt nicht haben, dass diese Jungs hier rumgeistern, wenn ich irgendwelche Sprünge machen muss. Oh Gott, jetzt hat er mir, glaube ich, den Arsch gerettet. Danke, alter Freund. Okay. Alter, ist es. Moin. Penner. Ich töte dich gerne auch ein drittes Mal. Das ist problematisch nur, dass ich jetzt nicht sterben darf. Also danach nicht. Sommer. Kannst du mal aufhören, hier so eine Scheiße zu machen den ganzen Tag? Äh. Uiuiui. Moin. Äh. Wisst ihr was? Ich pausier mal kurz. Wir sehen uns gleich. Tschüss. Bidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Der kleine Lachsnacken hier, der kann halt alles. Moin. Hier, ihr könnt mir alle mal richtig schön am Arm fassen, wisst ihr das? Hier. Ich weiß mittlerweile, wie der Hase hier läuft. Und zwar genau so, sonst fällt man nämlich da runter. Ne, hier nämlich. Die alten Huren süßen, die alten Mädchen süßen. Ne, das ist bestimmt nicht richtig. Richtig anzünden? Digga. Digga, was ist die Waffe gegen dich? Was ist die Waffe gegen dich? Mit deiner eigenen wahrscheinlich, ne? Jihihi. Ja, der hat ein scheiß Leben, kann das sein? Ne, das ist ja Unsinn natürlich. Oh, das kann ich theoretisch auch machen. Aber das bringt mich nicht weiter. Könnte ich auch mit Bomben bewerfen hier. Das ist auch geil, ne? Hier, geh da mal rein. Hallo, ich... Ich mach den Test. Mach doch mal hier nicht so einen Wirbel. Na, das... Jetzt hätte ich ihn getroffen. Jetzt hätte ich ihn getroffen. Na, okay. Dann spielen wir das eben jetzt hier mal mit Ernst. So. Wer auch immer dieser Ernst ist. Ernst. Ernst. So hieß damals mein Physiklehrer. Ernst. Der war... Der war genauso. Wie man sich einen Physiklehrer vorstellt, war er genauso. So, pass auf. Jetzt rallen wir hier. Moin. Jetzt habe ich da ein Hundertstel von wieder hochgeholt. Jawohl, geil. Okay. So. Hier der sexuell frustrierte. So. Du Kastrations... Schlumpf, du. Jetzt gibt's auch eine Fresse. Okay. Na, scheiße. Das ist mir aber perfekt versaut. Kleiner... Lurch. Okay. Ach, hier geht's weiter. Ging das vorher auch noch weiter? Nee, ne? Was ist denn das dann wieder unten für eine Aktion? Ist hier wieder die Schreckschraube angesagt, oder? Schreckschraube mag ich nicht, ne? Hier. Weg. Das ist so doof. Die machen das nur, mich zu verarschen. Okay. Jetzt hier. Kurt, man. Moin. Moin. Perfekt. Und weiter geht's. Hier unten lang. Okay. Sind das jetzt hier die Great Age? Oder wie ist das? Wie ist das eigentlich mit Save Points hier? Gibt's wahrscheinlich... Mach mal Halt lang hier. Wie soll man denn dem aufweichen? Ihr kleinen Wüsschen. Moin. Okay, jetzt hier einfach mal runterfallen lassen. Ich weiß nicht, was daran schieflaufen soll. Okay. Ich hoffe mal, dass ihr jetzt mir Goodies dabei habt für mich, ne? Oh, das war nicht du... Das... Wo, wo? Ach so, das ist ne Leiter! Ne, toll. Und was passiert hier jetzt? Äh, was? Natürlich nicht. Äh, what? Weißt du was? Hier geht's einfach runter. Wenn du schon einen drüber gekriegt hast, dann... Könnte er draußen bleiben. So, was ist hier eigentlich wieder los? Tot! Das ist auch wieder so ein Level, ne? So ein Level. So ein Level. Okay, ich kann theoretisch hier... Unendlich... Von diesen Lives holen. Ich hab nur irgendwas... Ne, ich kann nicht unendlich holen, weil ich irgendwann keine Energie mehr habe. Also, das ist... Irgendwann kann ich nicht mehr... Hier meinen Bunny Hop machen. Okay. Du Schwu... Tööö. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich hier außen rum langlaufe? Der kriegt bestimmt früher oder später was auf der Fresse. So, warte mal. Ich nehme jetzt hier erstmal Kurt, man. Und dann erwarte ich, dass er auf Anhieb stirbt. Ja, hat geklappt. Hier, alle tot. So geht das. Yeah. 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 Okay. Nichts zu tun hier. Was? Hä? Ach, ich bin selber die Sau, die Ärger braucht. Na gut. Na gut, toll. Wenn ich natürlich... Drück mal auf Pause hier jetzt, genau. Ne, warte mal, was ist denn das Freundlichste? Wieso macht der viel mehr Damage? Das müsste ja eigentlich eine Waffe sein, mit der ich umgehen kann, er aber nicht. So, ich lade hier einfach mal, damit wir das nicht hundertmal machen müssen. Also, damit wir hier nicht nochmal Game Over gehen. Das ist heute nämlich nicht drin. Unfair. Okay, ich glaube, mit Cutman kommen wir da doch recht gut zurande. So, aber ihr roter... Runter, Bule! Okay, ja, einfach hier so, zack. Gar nicht lange darüber nachdenken, einfach runter. Ne, das ist einfach... Einfach weg. Hier auch. Zack, einfach drauf. So. Wenn er meint, hier schießen zu müssen, dann soll das sein Problem sein. Und weiter geht's. Yeah. Und? Ich kann ja hier speichern, dann haben wir wieder Mega Man Action die ganzen Tag. Okay. Ich werde jetzt geklont, das ist eigentlich noch gar nicht erlaubt worden. Dann gibt's noch hier was mit der Peter. Okay, was... Womit bin ich denn gut, was er nicht kann? Was er tatsächlich nicht kann? Bombe vielleicht. Ja, proben wir mal mit der Bombe. Ja. Pfff. Darf's ein bisschen mehr sein? Der Herr, noch war da ein Wurst dazu. So mal, was ist hier eigentlich los? Wie soll man den denn erledigen? Ne, also... Ja, ich warte jetzt einfach mal, bis ich hier rallen kann. Und dann geht's nochmal von vorne los. Also, das ist ja... Das ist ja direkt frech. Stop-Gag. Okay, jetzt gibt's auch eine Fresse. Zieh! Vor allem, weil er nämlich sofort schießt und gleich selber springen kann. Das kann ich nämlich nicht. Warte mal, wenn ich ihn berühre, kriege ich auch Damage. Warte, warte, das will ich jetzt mal ausprobieren. Natürlich! Und er kriegt kein Damage. Hallo, wir sind zwei Erbsen in einer Schote. Normalerweise solltest du Damage kriegen von mir. Immerhin bin ich der Held. Okay. Schön auf Abstand halten, den kleinen Mosinenfresser hier. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab' ne Idee. Achtung! Rat' mal, was nicht funktioniert hat. Hallo. Kannst du auch mal ein bisschen weg von mir gehen? Guck mal, wie der hinterherläuft. Hast du einen Magneten am Arsch hier, oder was? Toooot. Ach, was für dich gilt, gilt für mich natürlich auch, ne? Ich sterb' ja auch relativ schnell dann. Äh. Toooot. Toooot. Oh Gott. Meine Fresse! Aaaaaah. Das Problem ist bei der Sache, ich muss ihn ja irgendwo erwischen. In so einer Szene, wo er mich nicht trifft. Sonst krieg' ich ja selber die ganze Zeit so viel Schaden. Durch meinen Super-Exploit hier. Na toll. Ich glaub' das ist geil hier. Jaaaaa. Und doof ist natürlich auch, dass ich, ähm, schon mit Handicap starte hier. Okay, der ist gut. 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 Der kommt gut. Okay. Das ist auch so eine Sache, da weiß kein Mensch mehr da ohne dieses Speichern und Laden Ding machen soll. Ja, ja, das krieg' ich nicht hin. Okay. Geh' mir jetzt einfach mal von dem Arsch weg hier. So. Dann machen wir das nochmal. Tod. Ich will einfach nur, dass er tot ist. Ich will's gewonnen. Juhu. Das ist so, sieht ein Siegerbildschirm aus. Das geht genauso. Clear Points. Ja, sieht doch gut aus. Und schlimmer als so kann es wahrscheinlich nicht mehr werden. Ja. So. Ready? Ich hatte schon Angst, so eine Sekunde lang hatte ich Angst, dass ich, äh, gar nicht mehr existiere in diesem Spiel. Aber heute existiere ich in diesem Spiel nicht mehr. Tut mir leid, dass ich das mit Exploiten gemacht habe, aber das ging anders nicht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.